willkommen zu einem schnellen spontanen video ich wollte mich eigentlich nur schnell für die 600 abos bedanken die wir gestern erreicht haben und wenn ich das jetzt sagt werden wieder ein paar deabonnieren also ungefähr 600 jetzt wunderbar vielen dank dafür erstmal wie man sieht ich bereite gerade ein paar andere sachen vor hier auf meiner terrasse will ich dieses ja endlich mal so in der richtige terrasse haben und sehr viel grün und ich kam durch zufall zu ziemlich vielen pflanzen meine mutter kam er her und hat mir dann so knappe 30 tomaten in die hand gedrückt dazu hatte ich dann schon selber paar kürbis angepflanzt dann bekam von meiner mutter noch mal sechs kürbis dazu dann hatte ich doch drei gürken und zwei zucchini also ich brauche sehr viel platz und sehr viel erde die erde steht schon bereit wie man sieht ein gewächshaus habe ich auch schon aufgebaut so ein billiges aus dem supermarkt dazu sage ich dann später irgendwas mein kleines gewächshaus den link mache ich mal hier rechts oben hin mein kleines gewächshaus verwende ich gerade jetzt nur zur anzucht meinen chilis dieses jahr habe ich mir speziell endlich mal richtige chili samensaatgut geleistet ein paar spezielle sorten die tabasco die carolina reaper und ja ihr könnt lesen glaube ich ja an dem verschluss habe ja trotzdem nichts geändert beziehungsweise verbessert aber es reicht so aus das war es eigentlich dann vielen dank fürs zusehen und noch mal vielen dank für die 600 abos bis zum nächsten video dann